Mit Swisscom TV 2.0 können Sie alle Sendungen der letzten sieben Tage schauen und das auf über 250 Sender. Sieben Tage lang? Auf über 250 Sender? Klar, und das sogar auf bis zu fünf Fernseh gleichzeitig. Da kann jeder schauen, was er will. Das ist doch total unrealistisch. Unrealistisch? Was ist denn da dran unrealistisch? Weihnachten kann kommen. Mit Unterhaltung für die ganze Familie. Swisscom TV 2.0 mit Internet im Vivo-Paket. Und allen Neukunden schenken wir einen attraktiven Weihnachtspatzen. Exklusiv bei Swisscom. Gesundheit.